Gut, jetzt habe ich ein bisschen viel gelabert und würde sagen, legen wir endlich mit dem ersten Video für 2018 los. Los geht's! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, heute sind wir mobil unterwegs auf der Fisch und Reptil. Guten Tag. Ich habe meinen persönlichen Sklaven jetzt hier eingestellt. Dankeschön. Rollst du gleich selber weiter, ja? Ja, ja. Einfach Gas geben und fallen lassen, dann rollen wir weiter. Hallo. Das ist mein neues Look Around hier. Sehr schön. Ja, hierher geht's. Und dann Motion. Das ist mir. Ja, das ist mir. Ich bin hier. Ja, hierher geht's. Ja, ich bin hier. Ja, hierher geht's. Musik 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 Ach, guck mal da. Es funktioniert, es funktioniert, es funktioniert. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Der Rotkopf-Sammler, und damit sind wir auch leider schon wieder am Ende des Videos angekommen, ist... Der Rotkopf-Sammler, und damit sind wir auch leider schon wieder am Ende des Videos angekommen, wird zunehmend immer beliebter und ist in den meisten Geschäften mittlerweile eine feste Komponente der Stockliste geworden. Der Rotkopf-Sammler, und damit ist der Rotkopf-Sammler, und damit sind wir auch leider schon wieder am Ende des Videos angekommen, wird zunehmend immer beliebter und ist in den meisten Geschäften mittlerweile eine feste Komponente der Stockliste. Dass er in vielen Becken den so beliebten roten Neon als Bei- oder Hauptbesatz abgelöst hat, wundert wohl mittlerweile niemanden mehr. Der Rotkopf-Sammler, und damit sind wir auch leider schon wieder am Ende des Videos angekommen, wird zunehmend immer beliebter und ist in den meisten Geschäften mittlerweile eine feste Komponente der Stockliste. Der Rotkopf-Sammler, und damit sind wir auch leider schon wieder am Ende des Videos angekommen, wird zunehmend immer beliebter und ist in den meisten Geschäften eine feste Komponente der Stockliste. Kaum verwunderlich, dass er aufgrund seiner doch besonderen Färbung, seines ruhigen, aber doch präsenten Verhaltens, in vielen Becken den roten Neon als Bei- oder Hauptbesatz abgelöst hat. Der Rotkopf-Sammler, und damit sind wir auch leider schon wieder... Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und zwar heute, ihr habt es in der Videobeschreibung schon gelesen, ohne langt rum zu quatschen, ist das Ganze wieder ein Produkt-Placement. Und zwar, jetzt kommt hier oben was in die Ecke... Okay. So Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn's euch gefallen hat, werde ich mich sehr bei einem Daumen nach oben, beziehungsweise einer positive Bewertung freuen. Auch gerne die Glocke abonnieren. Glocke abonnieren? Nein! So Freunde, das war's mit dem Video über die Aqualumix. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Könnt ihr gerne mal, wenn's euch gefallen hat, mit dem Daumen nach oben oder einer positive Bewertung, in Form, wie gesagt, eines Däumchens. Nein! So Freunde, das war's jetzt mit dem Video über die Aqualumix. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn's euch gefallen hat, würde ich mich sehr bei einem positiven... Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, was hab ich euch heute mitgebracht? Eine Sache dürfen wir am Anfang des Videos nicht vergessen, und zwar... Ja, das wieder ist... äh, das wieder ist ja... So Freunde, das war's mit dem Video über die Aqualumix. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn's euch gefallen hat, würde ich mich sehr bei einem positiven... Nooooooo! That's what she said. Oh, fuck it. 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 Oh, fuck it.